Heute ist kein Arbeitsstaat! Heute ist kein Arbeitsstaat! Heute ist kein Arbeitsstaat! Heute ist kein Arbeitsstaat! 13 Euro sind kein Hohn! Extra-Kars! Voll herzut! Arbeitsamt! Boah! ...und die Zukunft! Das gibt viele Nachannahme. Das war der Freude der Politik, heute sollten die Jürgen der Politik, das ist unser Land, was wir heute hier sind.